Du sollst die feierliche Pflicht übernehmen, die Geheimnisse dieses Ordens unangetastet zu lassen. Sonst soll dir die Zunge herausgerissen werden. Tu, was du willst, soll sein das ganze Gesetz. Aber ist ein Satan nicht ein Gott des Hasses? Nein, er ist der Gott der Wahrheit. Die Welt wird regiert und am Leben erhalten von einigen wenigen Auserwähltenmännern. Wenn wir unsere Macht verlieren, wird das Chaos über uns hereinbrechen. Manchmal muss diese Macht dazu benutzt werden, hart zu sein und zu belehren. Aber ich will nicht lernen. Also jetzt wollen wir mal sehen, wie diese Kriege geplant wurden und was vorhergesagt wurde. Im Januar 22, 1870 ist da ein Brief, der Manzini schrieb an Albert Pike. Das ist der General, der auch die schottische Rite leitete. Und er sagte, wir müssen einen Superritus herbeibringen, wo die Freimaurer der hohen Grade, also von 30 hoch, die die eingeweihte Luziferier sind, die im strengsten Geheim werden. Und wir werden das ganze Freimaurertum beherrschen und wir werden einen internationalen Zentrum haben und wir werden so mächtig sein, weil keiner weiß, in welcher Richtung wir uns bewegen. Das ist ein totales Geheimnis. Also sie wollen die Welt regieren. Hinter ihnen stecken natürlich die Jesuiten, die Gründer dieses Ordens. Und dann, das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Im August 1871 schreibt Albert Pike einen Brief an Manzini, in dem er den Plan auslegt, für was in dieser Welt passieren muss, welche Kriege kommen müssen, bis wir endgültig diese eine Weltregierung haben und den Protestantismus endgültig vernichtet haben. Toll! Das ist ein Krieg gegen Christus. Kriege auf dieser Welt sind Kriege gegen Christus und gegen Christi Folger. Und alle, die sich gegen dieses System stellen, ob sie von der anderen Seite sind oder ob sie Protestanten sind, sind mit eingeschlossen. Keiner darf sich gegen das System stellen. Er sagt unter anderem, der Erste Weltkrieg, der wurde geplant, das war schon in 1871, da gab es keinen Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist da, wird geplant, um die Macht des Zars von Russland, der die orthodoxe Kirche behütete, umzuschmeißen, um einen atheistischen, kommunistischen Staat zu gründen. Das ist ja interessant. Genau so ist es passiert im Ersten Weltkrieg 1917, danach kam die Bolzewitschische Revolution und der Kommunismus und der Atheismus kam ans Ruder. Dann soll ein Zweiter Weltkrieg kommen und der soll entstehen zwischen England und Deutschland. Ist das nicht interessant? Woher geplant? Der Grund, warum er geplant werden muss, ist, um den Kommunismus als Antithese zu der judeochristlichen Kultur darzustellen. Also das ist hegelisches Denken. Wir brauchen eine Antithese und wir brauchen eine These. Und dann einen sionistischen Staat in Israel zu gründen. Was ist passiert nach dem Zweiten Weltkrieg? Genau das ist passiert. Und dann einen Dritten Weltkrieg. Den haben wir ja noch nicht, aber es sieht ja interessant aus, was in der Welt passiert. Der soll im Mittelosten passieren und es soll ein Krieg sein zwischen dem Judentum und dem Islam, der sich in der ganzen Welt verbreitet. Ist das nicht interessant? 1871. Ein Zitat nach dem anderen. Da ist noch eins, wenn man es nicht glauben will, da steht genau das Gleiche. Ich lasse das nur, dass Leute das abblenden können von dem Video. Und dieser Krieg zwischen den Moslems und den Juden, der soll endgültig dieses Armageddon hereinführen. Albert Peik erklärt dann das noch ein bisschen mehr und schreibt dann auch hier in einem anderen Brief, wie das passieren soll. Wir wollen die Nihilisten und die Atheisten wollen wir erstmal gründen. Also dieses kommunistische, atheistische System. Und dann wollen wir einen Kataklysmus herbeibringen, ein Krieg und ein Leid, wie es vorher noch nicht gab. So schrecklich. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, der war ja genau so. Und am Endeffekt wollen wir den Menschen zeigen, was absoluter Atheismus eigentlich erreichen kann. Ein blutiges Blutbad soll es geben. Und am Ende soll dieser Atheismus und das Christentum gleichzeitig besiegt werden und die reine Doktrine Lucifers mit der Vernichtung des Christentums und des Atheismus gleichzeitig soll herbeigebracht werden. Ist das nicht interessant? Also das schreibt er in 1871. Also diese Mächte sollen sich bekämpfen. Jetzt die Antithese war der Kommunismus mit dem Atheismus und die These war dann das sogenannte Christentum, geführt von Inneren, das auch als Bösewicht endgültig dastehen muss, damit beide das Christentum und der Atheismus eine Blamage sind. Jetzt haben wir eine These und eine Antithese als Blamage und aus diesem System kommt eine Synthese, wo das Christentum lächerlich ist, der Kommunismus lächerlich ist und das neue System nach Regierung wird ein Faschismus sein, aber ohne wahres Christentum. Und zwar, weil das haben sie so schön verbunden mit diesem System. Und dann ist es eigentlich Lucifer, der regiert auf dieser Erde. Also Christus muss eigentlich ganz und gar entfernt werden durch diese Kriege. Und zwar, bis zum nächsten Mal.